Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Lego Harry Potter, die Ere 5 bis 7. Wir schauen mal, wo wir hin müssen. Guck mal, da können wir Konzentration verwenden. Also wir müssen erstmal hier den Geist wieder folgen. Geht es wieder in den Raum der Wünsche? Nein, es geht nicht zur Raum der Wünsche. Wir müssen hier lang. Warte, im Tisch hätte ich. Ich habe gesagt, Tisch hätte ich. So. Eins von vier. Es geht doch zur Raum der Wünsche. Bitte sehen wir mal, der andere Raum. Gibt es jetzt zwei Eingringen oder was? Ich mache einmal den hier. So. Ich mache also einmal hier alles mal runter. Okay. Kann ich dich hinzünden? Okay. Zwei von vier. Ich höre mich erstmal hier etwas um. Okay. So, da ist schon mal drei von vier. So, Hermine, ich brauche jetzt dich. Obwohl, zuerst mache ich das hier. Bitteschön. 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 Loll. Okay, um rechts. Fängt es an und links. Setz auf. Okay. Okay. Der Crosswall freigeschaltet. Okay. Dann guck mal, was wir hier noch so alles anstellen können. Hier können wir was anstellen. Zwei von vier. Drei von vier. Und hier ist vier von vier. So. Da können wir nichts machen. Vier von vier. Blaze, schwarzes Zipf, freigeschaltet. Okay. Gut, kein roter Stein für uns. Was für ein Jammer. So, da kommt es auch noch runter. Schade, ich dachte, wenn wir alle vier machen, kriegen wir auch roter Stein. Aber ich hoffe, dass der roter Stein wieder hier. Oder hier, wo man nichts machen kann. Okay, dann geht's hier rein. So. What did I make expect to return on? Ja, dann. Schauen wir mal, was wir hier so alles anstellen müssen. Okay, wir brauchen zuerst hier Lumos. Oh, guck mal, da kommt schon der erste Dementor. Und geht. So. Okay, jetzt brauchen wir hier nochmal. Wow. Expecto Patronum. So, als nächstes geht es zu One rüber. Okay. Vor allem, eigentlich wäre Genie davor gewesen. Aber okay, wenn ich mein... Oh, guck mal, kann ich direkt das hier machen? Geh... So. Ja, als nächstes kommt Hermina. Guck mal, Hermina, das ist doch für dich. Upsala, das weiß ich nicht. Falsche Taster. Ach, du liebes Bisschen. Warum heißt das hier eigentlich wegen Gardium-Teguosa bei diesen... Das ist... Wenn man hier was tut, ist aber auch noch nicht Reparo. Warum denn man kein Reparo, um die Sachen zu reparieren? So, wir brauchen jetzt... Expecto Patronum. So. So, Genie, du bist jetzt an der Reihe. Oh, mein Gott, ist die süß. Okay. Dann bin ich da eingekriegt. Oh, mein Gott, ist die süß. Du, 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 du. Dann kommen wir hier runter. Du, 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 du. Und dann sind wir hier. So. Okay, das muss hier rein. Und dann bin ich schon mal den Zauber. Falsch, aber okay. Patronus Zabber freigeschaltet. Wow, im 5. Jahr wünsche ich mir fast alle Zabber wieder freigeschaltet. Das ist doch schön. Oh, oh, oh. Oh, oh. Huh? 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 H성? Huh? Huh? Wagen주는 Excal prose? Also richtig müssen wir die Schüler wieder ärgern. Komplett durch den Raum schleudern. 5. Quidditch, ja, hallo Quidditch, haha, okay wir müssen zu Hagrid, der zeigt uns jetzt, dass böse Zeiten bevorstehen, so. Ich hab das Gefühl, dass ich meinen Timer jetzt wieder ausstellen kann. Hm, kann ich. Und dann brauche ich nicht, okay. Das ist ein ganz normales Level, okay. Wir sammeln hier erstmal alles auf. So, dann brauchen wir einmal Krummbein, weil hier ist was zum Graben. So, dann brauche ich einmal hier Hagrid. Gut. Dann muss ich hier bitte einmal dran ziehen. So. Kann ich hier irgendwas machen? Okay. Gut. Gut. Dann einmal hier bin da den Großer. Dann hier einmal alles kaputt machen. So. So. Und höchstwahrscheinlich kann ich jetzt hier irgendwas zusammenbasteln. Guck mal, das muss höchstwahrscheinlich bleiben. Das ist euch doch schon so verdächtig. Das Spiel zeigt uns, wo wir dann müssen. Okay. Jetzt was zusammenbauen. Ja, können wir. Wie. Ich hab die Müße verpasst. So. Ich werde mich für die Müße haben. Na gut. So. Jetzt können wir weiter. Wir brauchen mehr. O nein. Hey Hagrid, make the sound. Okay, let's see if this is the Creech Center. I'm gonna play my ring of the Creech Center. Okay, let's go first. Ah, there is a little. Okay, there he is. Okay, let's go first. Okay, where is this? Now we can do something from 1,2,4. That's it. Okay, let's go first. 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 Toll weg. So, aber da ich das Gefühl habe, dass jetzt als nächstes ein Level kommt, wir schon fast 17 Minuten aufgenommen haben, oder wir da schon haben, laufe ich jetzt hier noch kurz den schönen Gang entlang. Und dann beende ich die Aufnahme an der Stelle. Hauptsache von 13 Minuten noch ein Auge. So, also ich sage jetzt an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7, wenn es heißt, am Pritch, wir hassen dich. Bis dahin, ciao, ciao.